Okay, Durchbruch ist fixiert, das passt. Sehr viel Geld liegt hier rum. Sehr gut, ich bin drauf. Der Komme kommt dann den A. Der Komme ist das, was ich. Der Komme ist das, was ich. Deshalb. Die Komme ist das, was ich. Die Komme ist der Komme ist der Komme. Aber das und die Komme ist der Komme, also bei mir auch aktiviert. Come mal, der Komme ist. Das ist der Komme der Komme ist sicherlich. Oh, den Komme ist. Das ist ja mein Pass. Hört! So ist sicher ein Pass. Aber du hast jetzt damit die Überlegte effektiv draufhören. Ui, ich erreiche 38. Und fliege jedenfalls. Okay, jetzt die Sackgasse. Fliege jedenfalls in den Gebroxen und der Dunfalter kriegt deswegen jetzt eine neue Attacke. Okay. Immer da, wo man als letztes nachschaut. Das ist ein eisernes Gesetz in Tokio Mystery Dungeon. Okay, ihr betrifft jetzt mal das schon mal gesehen. Okay. 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 steigt hier fröhlich auf es ist interessant aber gehört nicht zu uns ich habe eben doch die Furchtung fixiert Ich habe meine Zielebene erreicht. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Ein rosa Gummifitten. Ein Kader möchte ins Team aufgenommen werden. Ich habe jetzt aber gerade keine Schutznamen mehr. Also, beziehungsweise bin ich jetzt gerade zu faul, mir welche ausdrehen. Und Julia erreicht den 23. Ich möchte den Dungeon nicht verlassen. Ach, ein Anstoß. Ui, mit Monsterraum. Juhu. Äh. Äh. Ja, jetzt kommen wir gegen die Schatzbox, die können wir jetzt nur zur Not liegen lassen. Keine Lust gerade, das Ding noch einzusammeln. So. So, Zeit für jetzt Gold tragen. Okay, jetzt sind die Items, die wir haben, können wir nochmal 120 Items mehr lagern. Na dann wollen wir mal weiter. Jetzt müsste eigentlich irgendwann demnächst noch ein bisschen Story-Missionen und Gedöns kommen. Wir haben ja noch ein bisschen Story zu tun. So viel Leitungs habe ich jetzt gar nicht gefunden, ne? So viel Leitungs habe ich jetzt gar nicht gefunden, ne? Das müssen wir jetzt mal die beiden Boxen hier noch schätzen. Und Geld soll sie jetzt mittlerweile nicht mehr scheitern. Ja, die habe ich schon mal. Ja, die habe ich schon mal. Von den Righteous Items profitiere ich auch, aber auch nur einmal. So. 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 Mal. Das sind die für die Kampf-Pokémon. Status-Griffel? Das ist ja schon mal zumindest ganz nett. Das sind die für die Gegend, die nicht wirklich viel da hat. Nicht allzu viele Status-Attacken hat. Ziemlich genau gar keine. Wie hoch ist mein IQ eigentlich mittlerweile? Da steht hier im Bericht drin. Drei Sterne hab ich. Ich kriege halt immer noch erst einen halben. Bezweifle ja, dass das mit meinem Treppenspürer noch was wird, bis zum Ende von diesem LP. Er kommt zwei in der Nordbüste. Wir gehen zusammen 180. Vielleicht noch zwei in der Nordbüste. Ihr wollt mich doch verarschen. Gibt mir sowas jetzt schon? Nein, nein, nein. Da will ich nicht hin. Nicht in die Null-Insel. Auch wenn Nord die harmloseste von den Null-Insel ist. Aber nein, da will ich nicht hin. Nicht mit mir. Zwei S und zweimal ein Stern. Wieviel sind sie zum nächsten Rang. 1005 oder 10. Wieviel sind sie zum nächsten Rang. 1005 oder 10. Bli-Clown. Hab jemanden suchen. Okay. Ich wollt noch zu Gli Bunkel schauen. Das werd ich jetzt nicht vergessen. Wie dunkel deine Stammkunden sind da? Was ist denn das hier? Da haben wir ein tatsächlich mehr brauchbares Item. Nehmen wir drei vier davon. Das ist ein 2-Sterne-Item. Okay, Immunität gegen Pflanzen attacken. Die 3-Sterne-Items macht immer so ein riesen Taradarm. Entschuldigung, das musste ich kurz niesen. Okay, dann können wir ja jetzt losgehen. Einen Dungeon vor dem, bei dem wir gerade drin waren. Den können wir jetzt wieder fixieren. Okay, nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sind die Missionen alles weit oben, oder? Wieso kommt da gerade nichts? Und angenommen habe ich die Missionen, ne? Das kannst du besser. Du hast eine Kraftwelle in deinem Buchsetch, das ist sogar der stärkste Attacke eigentlich. Jetzt haben wir in der Zielebene, auf Ebenen 9 erst. Ich habe keine Attenpunkte mehr, ähm, ja, das Ding könnte man jetzt länger haben. Ja, warum nicht? Wieder einen neuen Freund. Das könnte jeder nicht mehr gingen. ... Das war's für heute. Ah, das ist so süß. Okay, schlecht die Idee, den Doom-Filter da vorne hinzustellen. Gut, so schlecht war die Idee jetzt auch wieder nicht. Irgendwas müssen wir hier auf dieser Ziel-Ebene schon machen. Ja, ja, ja. Oh, das ist ein Dung-Gang hier. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Was ist das denn, dass er mit den Katzenbezwinger hat? Natürlich hat er den Katzenbezwinger. Ich denke, es ist nichts zu tun. Oh, okay. Ja, jetzt können wir den dann schon verlassen. Hey, ein Kraugumis, sehr schön, ich mag Kumis. Ich bin ja mal gespannt, wann es mit der nächsten Mission weitergeht. Gut. Gut.